Willkommen zurück bei Roblox Und heute werden wir Hagiwagi soll anscheinend hier drin sein Bei diesem Simulator hier Und zwar ist es der Scary Elevator Wo wir in den Fahrstuhl gehen Wo wir 40 Ebenen oder sowas haben Oh, ich bin ausführlich hineingespawnt Und hier Sachen passieren Es passieren immer unterschiedliche Sachen Wir wissen nicht, was jetzt passiert Und jetzt ist Siren Head, oder? Oh mein Gott, das ist Siren Head Okay, das ist geil Und wir müssen gerade überleben, das ist unser Ziel Wenn wir sterben, haben wir verloren sozusagen, okay? Aber jede Ebene ist halt eine Bedrohung Das ist ja das Ding Also ja, während ich weglaufe, schon noch Ob das Video geliked ist Denn so sehe ich quasi, dass ihr mehr von sehen wollt Und dann lade ich es halt so schnell wie möglich Das nächste Video hoch Und Abonnieren kostet es Wenn ihr kommt, denke ich, Videos holen Alles, die kostet es Vergiss es bitte nicht Und ja, das war crazy, okay Also wir haben leider verloren, die erste Ebene Leider, leider, leider Keine Ahnung, wieso Aber hier soll anscheinend auch Hagiwagi sein Der End Was endet hier? Es ist ein Block der Elevator, okay? Interessant So, jetzt warten wir ja mal Bis wir zur nächsten Ebene kommen Und das sieht ziemlich geil aus Ist das nicht Foxy von Fireflies & Freddy's Oder wie immer der heißt? Okay, was ist das nächste? Elevator will stop soon Okay Ich glaube, es ist immer zufällig, wo wir hier hinkommen Mörder Warte, sehen wir jetzt, wer der Mörder ist hier? Oder nicht? Dead Hills Oh mein Gott Cartoon Cat Oh mein Gott Achso, ich dachte, das ist Cartoon Cat hier, der Charakter Sonic X ist der Mörderer Okay Oh mein Gott Oh mein Gott, da ist Sonic Ach du Kacke Junge, das ist echt nicht mehr normal Ist echt gruselig Und da oben ist Cartoon Cat Okay, der hat mir richtig keinen Skin, muss ich sagen Können wir das mal leben, bitte? Ich geh mal hier nach oben Oh warte, da ist irgendwas Badge Floor Badge Nice Oh mein Gott Ist das gruselig Wo ist er hin? Da unten ist er, ne? Ich glaube, ich geh da gar nicht nach unten, ehrlich gesagt Junge, was ist bei dir los? Okay, nein, nein Oh, was soll ich nicht tun? Alter, das war dumm Das ist, ich bin tot Schon wieder bin ich gestorben Wieso? Wieso? Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein Hier sind wir alle Killer übrigens Wo ist dein Hagiwagi? Ah, hier, Hagiwagi Oh mein Gott Hagiwagi ist ganz groß Na gut, dann auf geht's, Leute Lass mal sehen, wer der Nächste sein wird Ey, sorry, aber ich war in den Skin halt echt mega, ne? I'm scared Okay Ich will wissen, wer der Killer sein wird Kannst du überleben? Ich will mir bestes geben Was? Okay, ist das der von Anna Der ist kein Anna-Tail-Charakter, ne? Was ist das? Hä? Oh mein Gott Wer ist das? Ich kenn den Killer gar nicht Ich hab keine Ahnung, wer das sein soll Das ist echt komisch gerade Ähm Kein Plan, wer das sein soll Ich hab wirklich keine Ahnung Bin ich jetzt ganz ehrlich Okay Wir hauen einfach ab Ich denke, das sollten wir überleben diesmal, oder? Wie lange geht das denn überhaupt? Ich glaube, ich bin immer zum Schluss gestorben bis jetzt Warte, wo ist der Typ? Da ist er Okay, ich sehe ihn Ähm I'm scared steht da oben Oder wie? Was steht da? Ja, I'm scared Ich hab Angst steht da oben Also ich glaube nicht, dass du Angst hast Warte mal Yes Wer überlebt? Sehr schön Okay, nice Okay Uh, die Musik Ähm Tem, 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 tem Crazy Okay, was haben wir jetzt? Wer ist der nächste? Floor Home Okay Kannst du überleben? Wer ist diesmal der Killer? Isles Jack Ach du Kacke Oh mein Gott Okay, wir müssen abhauen Wir müssen abhauen, Leute Lass mal alle Münze hier sammeln Können wir uns aber verstecken Ja, ja, nice Hier sollte er jetzt glaube ich nicht hochkommen, oder? Ich weiß es nicht Aber hier sollten wir sicher sein Ja Alter, du bist halt echt schnell, ne? Aber Vorteil ist, er tut einen nicht mit einem Schlag Das ist quasi der Vorteil bei dem Junge, was ist bei dir los? Was für ein Gestörter Der Typ ist echt gestört Was machen die überhaupt da oben? Wieso kommt der nicht einfach nach oben hier? Ich meine, da unten ist doch voll unsicher, oder? Oh mein Gott Deine ist echt schnell Achso, der hat Warte, kann man Die gibt es hier in den Shop? Ja Oh, wir haben es geschafft, oder? Ja Mein Name steht da drauf Lass mal kurz zum Shop gehen Die gibt es Wiedergeburten Hüte gibt es hier Okay Was machen die aber genau? Oh, was kommt jetzt? Warte kurz mal Was kommt jetzt? Oh mein Gott Dead by Daylight Oh Kannst du überleben Wer ist es aber? Ist das der Demogog noch vielleicht? Ah, ne The Legend Das ist eine Dead by Daylight Map Alter, ist ja voll geil Dieser, ähm Gruselige Simulator Wie komme ich da nach oben, aber? Oh mein Gott Der versucht ihn zu töten Logischerweise ist es halt bei Daylight normal, ne? Oh mein Gott, meine Maske Was damit los? Wieso habe ich so eine komische Maske? Okay, wie komme ich da? Warte, kann ich auf den Baum vielleicht gehen? Nein, 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 nein Scheiße Ich bin tot Nein Oh mein Gott Ich war fast hochgekommen Ich könnte hochkommen Nein Ich habe es fast noch umgeschafft Okay Oh, ärgerlich Sehr, sehr schade Aber das war echt schwerer zu überleben Item Shop Oh, damn HP Gain Ach, das kostet Coins, ne? Oh Was ist das? Ich hätte mir eine andere holen sollen Oh mein Gott Ich gehe jetzt einfach weiter Wer nennt das denn? Acht Sieben Oh, ich sterbe nochmal, oder? Ich sterbe nochmal, leider Nein Ich will nicht Oh mein Gott Oh Okay Das war Eigentlich bin ich schon gestorben Also deswegen ist mein Name auch nicht dort Aber das Teil ist cool Weil es mir mehr Leben gibt Okay Ich habe den noch gar nicht gespielt, ne? So komisch Domain Keine Ahnung Kannst du überleben Was ist Domain Floor? Das ist Guess666 Oh mein Gott Äh Okay Oh, wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott Hedge Was? Hedge Escape Achso Dann kommen wir Also wir sind entkommen tatsächlich Okay, sehr schön Oh mein Gott Das war gruselig Das war enorm gruselig Okay, lass nochmal reingehen Oh nein Er ist wieder dort Oh, ich brauche so einen Genie Wieso würde ich da mal reingehen? Das war so blöd von mir Und wir verlieren leider unseren Boost Viel Coins habe ich eigentlich Weil das würde mich schon interessieren Weil ich würde mir gerne ein anderes Item holen Mit Hörspringen Was? Ähm Ultra Regen Was wird springen Gibt es das nicht hier? Midnight Coil Ultra Regen Coil Okay, akzeptieren wir erstmal Da unten gibt es noch mehr Items Ich will reingehen Falls wir Hagiwagi sehen Wir brauchen nicht unbedingt ein Item Das ist quasi das Ding So, was wird es dieses Mal sein? Jetzt bin ich mal gespannt Domain Aha Ist es wieder dasselbe? Ja, ist wieder dasselbe Ja, ist halt zufällig Es kann doch schon passieren Dass es wieder dasselbe ist Wisst ihr was? Ich habe eine Idee Wir werden einfach dasselbe nochmal machen Wir werden dahin drehen Und dann haben wir Zeit Um uns die Items anzuschauen Hier gibt es aber viele Münzen Eine Münze Noch eine Münze Junge Okay Gehen wir hier rein Ich glaube so haben wir es geschafft, oder? Ne, da werde ich nochmal reingehen Ich bin durch Lebensmüde Hallo Oh mein Gott Crazy Dave Ja, so sieht er auch aus Multiple Jumps Hier haben wir es Das würde ich gerne haben Ja, holen wir mal für Robux Das könnte ganz funny sein, Leute Dadurch können wir wahrscheinlich auch öfter überleben Eins, zwei Oh mein Gott What? Wie viele habe ich denn mit der? Ich habe unendlich Ich kann die ganze Zeit in der Luft bleiben So kann ich alles überleben Oh mein Gott Warte, ich gehe nochmal da rein Hä? Ist es weg? Muss ich aufladen, oder? Wieso geht es aber mal nicht mehr? Jetzt geht es wieder, okay So, Danny Jess hat auch überlebt Sehr schön So Oh, das ist echt geil Hat natürlich Robux kostet Aber 25 ist echt wert, auf jeden Fall Okay, jetzt bin ich gespannt Komm, schau, gib mir Hagiwagi Flow Warehouse Kannst du überleben Ja, wir werden es sehen Wir werden es sehen Uh Die Puppe Ach, du Kacke Kann ich aber hochgehen vielleicht? Warte, kann ich Ich kann manchmal nicht hochrüpfen Oh nein Ich werde ja so sterb ich aber Oh mein Gott, das ist Shaki Okay, geh nach oben Yes Yes Hier soll ich sicher sein Ich bleibe hier Ich werde hier aber bleiben Ist mir jetzt egal Shaki die Mörderpuppe Tja Sie kommt hier nicht rein, ne? Das ist halt der Vorteil meines Items Crazy Oh mein Gott Das ist so gruselig, ne? Auch von der Musik her Junge, die werden einfach jeden töten, ne? Was für eine gestörte Aber ihr seht Wenn wir springen können Sind wir eigentlich unverwundbar Wenn wir springen können Manchmal geht es aus irgendeinem Noten nicht Ganz komisch Okay, wir können aber auch ganz so oft Leer das zu drücken Das geht dann auch, okay Domain wieder Waren wir das schon mal Es sind zu viele Ebenen Aber manchmal wiederholen die sich leider Ist aber Oh, schon wieder Hä? Okay, warte mal Das ist echt komisch gerade Wieso kommt wieder dasselbe? Oh mein Gott Das ist echt weird Ich bin ja Ich fliege einfach hier durch Okay Man, da kommt hier auf jeden Fall Was? Oh mein Gott Also nicht jeder kommt durch Ja, wir kamen durch Okay So, in der Zeit Wo die andere jetzt versuchen zu überleben Wir haben es ja quasi schon geschafft, ne? Lass uns sehen, was hier noch zu veriteln es gibt Goldene Oh, dadurch können wir Wände bauen Roter Schlüssel Unrock Red Room Hä? Wozu ist das aber? Ich weiß nicht wirklich Midnight Coil Oh, werde ich da nur schnell? Lass mal probieren God Shields Ich glaube, das würde ich mir auch gerne holen Jumpers Coil Okay Lass mal God Shields Ein Leben nur Okay, ne Ein Leben nur Lohnt sich nicht Ähm Auch nur ein Leben Ach, das ist aber für unendliches Leben, oder? Multiple Jump Oder ist das auch nur für ein Leben? Ah, ne Auch nur für ein Leben, leider Wow Wir sind so schnell Das ist geil Oh mein Gott Oh, warte Es geht weiter Uh Floor Home Okay Was wird es diesmal sein? Ehrlich gesagt Ich weiß es nicht Und? Okay, warte Erstmal gehe ich nach oben So Ah, das ist wieder das hier Okay Wissen Sie, was Ich mache mir einen Spaß draus Wo ist der Killer? Wo ist der Killer? Ist der Killer nicht? Der Killer ist der Dünne, ne? Weil ich bin jetzt mittlerweile so schnell Dass ich einfach immer weg von ihm rennen kann Oh, hier ist Siren Head Skin Okay, das ist funny Das ist echt funny Ja, man kann so aussehen wie Siren Head Das ist echt cool Äh, okay Keine Ahnung, was er tut Siren Head, bist du hier? Alter, das ist einfach ein Siren Head Skin Wie geil ist das denn mit der? Okay, wir können jetzt aber überall lang rennen Mit hoher Geschwindigkeit Oh mein Gott Er kann uns halt nicht bekommen Wenn wir so schnell sind Das ist ein Vorteil Nice Sehr geil Okay Haben wir ebenfalls überlebt Ich frage mich, ob wir dafür Punkte bekommen Wenn wir überleben Ich weiß Ach, Stats 611 Coins Oh, nicht schlecht sogar Nicht schlecht Schon ziemlich geil Was kommt jetzt? Oh, das ist Hard on Field Ist das Siren Head? Oh, oh mein Gott Das ist er Wo ist er? Okay, als allererstes gehe ich dann mal nach oben Let's go Ha, nice Okay, das ist halt ein enormer Vorteil, ne? Oh mein Gott Wisst ihr was? Ich gehe nach unten Wir machen es ein bisschen spannend Wir machen es ein bisschen spannend Okay, folge mir Du kannst dich nicht bekommen Ich bin schneller als du Wir können alle Münzen hier einsammeln Oh mein Gott Let's go Oh, nice Oh mein Gott Jedes Mal rein Wir bekommen so viele Münzen gerade Das sind halt plus zwei Münzen, ne? Jedes Mal Schon ziemlich episch auf jeden Fall Let's go Oh, da ist er wieder Ah, da war eine Luke Junge, das ist echt geil Was ist eigentlich da unten? Da waren wir noch gar nicht, ne? Warte, ich gehe mal kurz nach unten Wir sind hier eh entkommen Also was soll's Wins? Ist es für immer oder nicht? Ich weiß nicht, ob es für immer ist Ob es hier auch Sachen gibt, die für immer halten Okay, keine Ahnung Oh, wir haben es sogar bekommen Oder können wir uns wehren vielleicht? Ich mag das mit dem schnelleren enorm hier Kannst du überleben Wer ist es dieses Mal? Wer ist es dieses Mal? Slenderman Oh mein Gott, das ist gruselig, Leute Junge Es gibt hier so ein anderes Spiel auch noch Wo, ähm Wo, ähm Auch noch so ein gruseliger Der wird so öfter gespielt als dir hier Aber ich finde den ehrlich gesagt besser Und sieh mal, wir pranken ihn Wir können einfach um ihn rumrennen Alter Schwede, das ist geil Das ist so episch, Leute Alter Schwede Das ist echt geil Wir können einfach komplett pranken Der Typ kommt einfach nicht hierher Das ist so funny, ne? Oh, ich habe aber super viel Leben verloren Scheiße Oh je Das war echt sehr viel Lebensverlust Slenderman has grown strength Seine Stärke ist gewachsen Oh mein Gott, ich sehe es gerade Ich weiß nicht, ob ich Oh mein Gott Er läuft auf der Stelle, glaube ich Alter Das ist schon gruselig Geh ich schnell abhauen Geh ich schnell abhauen Ich hätte gerne Ich würde gerne Hagi-Bagi sehen Aber wahrscheinlich würde ich dann noch Eine Folge dazu machen Wenn wir ihn dieses Mal nicht sehen sollten Wir werden uns überraschen lassen Ob wir ihn sehen werden oder nicht Er muss ja irgendwo sein Aber es ist halt zufällig Dass er kommt, ne? Das ist halt das Ding Wir haben überlebt Sehr schön Okay, machen wir noch Ähm Machen wir noch zwei weitere, Leute Zwei weitere machen wir noch Wenn Hagi-Bagi nicht kommt Dann beim nächsten Mal Bestimmt Das kann man manchmal nicht beeinflussen Das ist halt das Ding Flor Laia Okay Lügner Ja, das ist ein Mädchen Oder ein kleineslustes Mädchen Was? The cake is a lie Das, oh Das ist der Ebene Wo steht der Kuchen Ist der Lüge Oh mein Gott Achso Ein Kuchen Oh Crazy Unnormal Okay Wo ist das ein Kuchen, Mensch? Ein Kuchen mit einem Messer Alter Oder? Oder ist das ein Skin? Ich weiß nicht gar nicht, wer der Killer hier ist Ja, der Kuchen Der Kuchen Das ist der Killer Aber wir sind zu schnell für ihn Wir sind zu schwer Wir sind deutlich zu schnell für ihn Gibt es hier noch Münzen? Lass mal sehen Äh, ja Da oben ist noch eine Münze Nice Danke Komm, wir können uns einfach so schnell bewegen Er kann uns nicht bekommen Wir sind die schnellste in der Welt Nice Ich liebe die Musik übrigens Ist echt geil Oh, schade Was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt Licht aus Corridors Aber das wird wahrscheinlich auch nicht Ich meine, wahrscheinlich kommt Hagi erst bei Playhouse Chara ist es Okay Interessant Chara Wer ist Chara Marahara? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Halve? Oh mein Gott Alter, was bist du? Bist du eine Frau? Ich glaube ja Oh mein Gott Alter, wir sind so schnell Das ist sogar hier Wir können sie voll geil breaken Alter Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Alter Wir weichen immer aus Oh mein Gott Das ist episch Yes, yes, yes Tja, was willst du machen? Chara Oder Chara Okay, machen wir noch nach Vielleicht kommt der Poppy nochmal Weil das echt geil ist Oh yeah, nice Ich glaube, wenn ich das Spiel neu starte Verlieren wir unsere Booster alles Ist das nicht abneutige Musik? Tö, 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 tö Lass mal sehen, ob jetzt Play auskommt Home Schon wieder Okay Es ist wahrscheinlich wieder Was, was wir hatten, oder? Oh, Eiles Hatten wir den? Ich glaube Ah, yeah, yeah, yeah Aber hier kann man sehr gut Münzen bekommen Und hier gibt es noch eine Luke, ne? Ich glaube, ja Warte, ich habe jetzt eine Münze ein Und da werde ich nochmal die Luke nehmen, oder? Ist hier nicht eine Luke gewesen? Warte mal Keine Luke, okay Okay, dann eben ohne Luke Ist ja auch in Ordnung Wiii Alter, wir sind so schnell, ne? Junge, was will er machen? Warte, kann ich auf den Baum gehen? Ich glaube, den Baum kann er mich nicht bekommen, oder? Jump Oh nein, warte Ich glaube, es ist sogar möglich Junge, ich bin viel zu schnell für dich Nein Es geht, man kann auf den Baum kommen Das weiß ich Aber ich weiß ja noch nicht genau, wie, ne? Oh Okay, Leute, aber das war's für das Video Für noch eine Folge davon Lasst es mal oben da Abonniert kostenlos Aktiviert locker Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal